Well lords, well ladies, herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2. Yay. Zunächst einmal ein kleiner Disclaimer. Falls ihr im Hintergrund hin und wieder mal ein Auto, ein Krankenwagen oder ähnliches hören solltet, liegt das daran, dass mein fucking Fenster jetzt mal auf Kipp ist. Es ist so eklig warm hier. Und ich wohne halt in der Nähe von einem... Halt die Schnurze. Ich wohne halt in der Nähe von einem Krankenhaus. Und ja, da fährt hier öfters mal auch mal ein Krankenwagen vorbei. Weiß es jetzt. Lex. Es ist mächtige Alien-Technologie und Kite-Man will diese Macht. Gehen Sie zur Bahn, dann bringe ich Sie zur Bahnstation Kirsten. Dich nach. Verdammt. Das ist diese scheiß Verbindung immer, ne? Das ist ja krass. Ähm. Wo war ich? Genau, ich wohne in der Nähe eines Krankenhouses. Deswegen kann es auch nur sein, dass da öfter was vorbeifährt. Allerdings um 22 Uhr sehen die meistens davon ab, ihr Martinshorn zu benutzen. Vielleicht hört man das Torment wieder mal. Vor allem, weil die Leute hier ziemlich... Oh, halt sie. Ich weiß ja. Ah. Du bist echt mit Ehre gestorben. Ist da irgendwas? Uh. Lala. Halt die Schnauze da drüben. Ist das ein... Ein Bücherstapel. Entordnen. Junge. Leidende Menschen. So habe ich sie am liebsten. Ja, ich habe mich erschrocken. Wow. Ich garantiere euch, es wird genauso sein wie in Dead Space 1, dass das nach und nach abnehmen wird, abnehmen wird und abnehmen wird. Dass ich mich irgendwann gar nicht mehr darüber... davon erschrecke. Es ist halt leider so mit mehr oder weniger billigen Schockeffekten. Wenn es richtig gruselig ist, dann sehe ich es ein... Ähm... Ja, dann erschreckt man sich auch des öfteren Mal. So richtig billiges Jumpscare... Das ist halt nicht gruselig. Das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Als seinerzeit in Dead Space 1... Habe ich schon mal erklärt, dass ich das einfach nicht gruselig finde nach einer Zeit. Dass es halt repetitiv wird. Es gibt bessere Arten und bessere Wege, um Furcht zu erzeugen und den Horror in ein Spiel zu bringen. Siehe jetzt, bestes Beispiel momentan, Outlast 2. Es gibt noch extrem wenig... Zu diesem Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme, ähm... Gibt es extrem wenig Informationen zu da. Outlast 2. Das einzige wirkliche Gameplay, das man dazu kennt, hat der PewDiePie aufnehmen dürfen. Und auch nur der... Bisher. Bei allen anderen war es Geldmacherei, tatsächlich. Bisher. Ähm, wir haben den 27.05. Zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich noch so... Dass jeder, außer PewDiePie, das nur gefakt hatte. Halt die Fresse, wie viele muss ich denn nehmen, dass ich wieder voll bin? Kleiner Drogenwitz. Nein! Ah! Hm, oh nein! Nein! Oh! Uh! Ich werde es übersehen. Den hätte ich vielleicht nicht so killen sollen. Aber... Shit happens. Habe ich aber gemacht. Stropo... Stroposkoplicht. Richtig angenehm. Das einzige... Woo! Hm. Kennt ihr den Ghost Rider? Das war sein Zug. Ja, war sowas von. Und das da ist meiner. Lolle. Lolle, bolle. Oh! Ähm. Lass das sein. Mach das nicht. Das ist irgendwie komisch. Aber komisch, komisch. Den Kopf in die mitte gespalten. Trotzdem ist er abgefallen. Mithals. Drecks wie... Eigentlich will ich dich nicht aufheben. So, ich will dich nicht... Scheiße, Lelax hier. Ich weiß nicht, wie ich auf das Wort Lelax wiedergekommen bin. Ich glaube, ich habe es... Bei Trollwut gesehen. Und ich jetzt nicht vervolle, dass das... Also... Das ist jetzt hier nicht als... Irgendwie so 100% bestätigt. Trollwut hat Lelax gesagt. Nein. Ich glaube es. Und falls sie nicht... Dann halt mich... Bitches, bring it on. Ich dachte, ich hätte ihnen zwei geteilt. Wäre ehrlich gesagt der coolere Move gewesen. Du f***ing grossst mich aus. Ach, verpiss dich. Da ist doch Geld runtergefallen. Ich habe es genau gesehen. Da ist es. Und vor allem... Ich habe mir mal wieder... One Punch Man angeguckt. Ich glaube, diese Serie kann man sich 10.000 Mal sehen. Und sie wird niemals lang... Ich habe die Scheiße aufgenommen. Habe ich? Habe ich das wirklich getan? Ich glaube, hier bin ich... Äh... Safe! Ja, Quick-Time-Event. Ach, du! Ich wusste jetzt nicht, ob ich es hämmern muss oder... Oh, shit! Noch wer? Come get some! Ach! Wo wir ja gerade eine Minute haben. Scheißtaste! Warum kann ich mein Inventar nicht mit Escape beenden? Alles Bullshit. Intense. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwas gebracht hat, dass ich die Scheiße gedrückt habe. Ich bezweifle es. Hallo. Ich könnte sagen... Ich war der Meinung, dass hier gescriptet war, dass Gegner kommen. Oh. 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 Noch Fragen? Noch Fragen? Oh. Easy. So was in der Art. Wo bin ich? Wie sind Sie da hingekommen? Warten Sie. Es ist nicht die angenehmste Route, aber sie bringt Sie zum Wohnbezirk Cascinitower. Oh. Verdammt! Kite-Man hat ihr Signal wieder. Gehen Sie weiter. Man hat die Alter auch nur einmal positive Nachrichten. Geh auf dich auf, ich melde mich bald wieder. Zweifle deine Kompeten... Nein! Entschuldig bitte. Kann ich nicht benutzen und weg. Nicht so aufregen. Take it ready. Ist das Feuer ausgegangen? So ungefähr. Was haben wir denn da? Impulsgewehr. Wenn ich mich recht erinnere, wird das sogar noch ziemlich nützlich in dem Game. Anders als vorher. Obwohl es halt echt recht unnütz war. Ich weiß gar nicht, habe ich das scheiß Impulsgewehr auch nur einmal benutzt in Dead Space 1? Gab es das denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Das ist so lange her. Uh, ein Taui. Das gefällt mir noch besser. Ich habe richtig dick Muni für das Ding. Was los? Ah, machen wir noch ein bisschen weiter. Oh. Babys. Toll. Damit habe ich jetzt gerade echt nicht gerechnet. Wow. Also. Echt? Das habe ich halt echt voll vergessen. Ich glaube schon, dahinter versteckt sich jetzt auch noch irgendwas. Aber nein. Effektivste Waffe gegen Kinder? Ein breiter Laser. Das bringt nichts. Wir haben ja gerade ein Kind gesehen, ne? Ja. Loll. Lolle. Boah, ihr seid echt so ein Abschaum. Ich weiß schon, warum ich Kinder nicht mag. Boah. Erstmal die Fresse einschlagen. Also Kinder ungestraft schlagen. Wie ewig der mit denen struggelt, ne? Gib ihm hart. Boah. Halt du die Schnurze da oben. Isaac, leben Sie noch? Nein. Ich bin tot, wie du siehst. Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Kommen hier Erinnerungen wieder? Nein. Meine kommen zurück. Die guten. Das sieht cool aus. Und die schlechten. Jedem mehr ich mich erinnere, desto mehr schmeckst. Immer wieder sehe ich die Symbole. Das gab es hier auch, Isaac. Great Price. Rodin. Immer wieder sehe ich sein Gesicht. Oh Scheiße, sie haben mich gefunden. Wird mir stinken, wenn nicht du wärm. Ähm. Ja. Kleine Drecksplagen. Misses. Oh, ich hab keine Midi-Packs mehr. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt noch kurz einkaufen. Passt doch perfekt, dass hier nochmal eine Speicher... Ah, tut mir leid. Ich bin verschluckt. Ich weiß, eigentlich schluckt man das und atmet das nicht ein. Aber... Kommt vor. Ha, ich bin mir sicher. Shop, Impulsgewehr, Primärfeuer, Halte, um vollautomatische Energiepakete abzufeuern. Sekundärfeuer, drücke Letters, um eine Granate auf dein Ziel zu werfen. Siehste, ich hab gar nicht nachgeguckt, was Sekundärfeuer von meinen anderen ist. Wie viel kostest du mich? 7000. Schnapper. Und da ich momentan eh noch nichts anderes habe, dass ich mein Geld rauswerfen kann. Was auch fucking Midi-Packs, die 2000 kosten. Was ist das für eine Zukunft von einem Medi-Kit? Weißt du, etwas, was deine Gesundheit erhalten soll? So teuer ist. Ja, ähm... Ja, ich hab einen Husten. Ähm, ich hab einen Medi-Kit. Äh, Medi-Kit. Ja, das spritzt sich. Das hilft gegen alles. Kostet nur 2000 Credits. Also sie sind nicht versichtigt. Tja, dann sind sie voll gefickt. Was können wir denn dafür? Motherfuckers. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.